Das ist Nubi, ein stilvoller, ultraleichter, unglaublich wendiger Buggy für Reisen, größere und kleinere Reisen. Wenn ich mit meinem Kind verreise, muss ich auf viele Herausforderungen vorbereitet sein und mit diesem Buggy meister ich sie hervorragend. Er ist ultraleicht und passt sogar in die Ablage im Flugzeug. Ich bin davon begeistert, dass auch bei einem schweren Gepäck Nubi niemals eine Belastung ist. Ich klappe ihn mit einer Hand auf und zusammen. Na gut, der kleine Passagier wird jetzt zum Boarding aufgerufen. Mit diesem Gurt weiß ich, dass mein Sprössling sicher reißt. Bequem, nicht wahr? Und ich kann ihn schnell an seine Größen anpassen. Kennt ihr das, wenn man plötzlich die Richtung ändert und mit dem Gepäck laufen muss? Unmöglich? Nicht mit Nubi! Schaut, was diese Reifen können. Mit dieser Wendigkeit und Federung kann ich ihn schnell und leicht manövrieren. Und bei einem unebenen Boden kann ich die Räder feststellen, um geradeaus zu fahren. Egal, ob wir viel Zeit oder es eilig haben, Nubi ist immer leicht zu schieben, sogar mit einer Hand. Auch wenn ich es eilig habe, kann ich einen Schluck Kaffee trinken, denn meinen Kaffeebecher habe ich immer zur Hand. Ein kleiner Fleck, bei diesem Kinderwagen ist das kein Problem. Und in den Korb passen alle Sachen rein, die für mich und den kleinen Passagier wichtig sind. Wenn es durch das lange Waden müde wird, huckzuck und die Rückenlehne ist in einer liegenden Position. Eine Gruppe? Stopp! Mit Nubi bremse ich problemlos und bequem, auch in Sandalen. Durch das Fenster habe ich meinen kleinen Reisebegleiter immer im Auge. Mit diesem Kinderwagen ist das ganz egal, wo wir landen und welches Wetter wir haben. Wir sind auf alles vorbereitet. Hallo kleiner Mann, wir wünschen einen tollen Urlaub. Nur noch einige Bewegungen und wir können weiter die Aussicht bewundern. Heute scheint die Sonne stark, doch das große Verdeck schützt uns. Wir müssen nur noch die Fußstütze anpassen und fertig. Mit Nubi ist jede Reise leichter. Ich freue mich schon auf die nächste. Kinderkraft, easy with kids.